Ja, dann begrüße ich recht herzlich zur DEF CONF 2021 am 18. März. Diesmal wieder nur virtuell wegen der sicherlich allen bekannten Situation. Ich freue mich trotzdem, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir haben viele schöne Vorträge gestern schon gehört und heute sicherlich auch noch einige, die sich lohnen, sich dann auch anzuhören oder auch mitzumachen. Und ich freue mich, dass der Dennis sich gemeldet hat mit einem wahrscheinlich etwas provokativen Titel. Man müsste mal. Und es wird darum gehen, um, ich glaube, es geht um Beteiligung, um Ansprüche und deren Einlösung. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass jetzt auch viele gleich mitmachen. Deswegen freue ich mich, dass jetzt auch 22 Leute da sind und wünsche euch allen und uns allen viel Spaß. Ich werde zwischendurch auf den Chat gucken, da den Dennis vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich glaube, der macht das aber auch selber. Und ansonsten übergebe ich jetzt an Dennis und wünsche euch viel Freude. Danke, Richard. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich klicke hier mal meine kleine Präsentation an. Die müsst ihr jetzt dann gleich sehen, wenn BigBlueButton soweit ist. Ich habe in den Chat schon mal den Link zu einem Adderpad gemacht. Wir haben hier heute nicht so den üblichen Vortrag oder Workshop, dass ich hier die ganze Zeit rede und euch mit Inhalten vollballere. Ich würde kurz meine Herkunft und meine Motivation für diesen Vortrag erläutern und dann eigentlich gerne mit euch in die Diskussion einsteigen. Wie man schon an meiner Folie sieht, komme ich von der Universität Hohenheim, bin dort im Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum tätig. Ich bin seit Januar 2021 jetzt Maintainer für Test & Assessment. Man nennt es inzwischen auch Classic Test & Assessment. Seit 2018 bin ich Leiter der SIG-E Assessment in der Ilias-Community so richtig aktiv, dass ich auch zu Konferenzen, DevCon, SIG-Meetings, als die noch im Real Life stattgefunden haben, gefahren bin, mache ich knapp seit 2016. Und Ilias verwende ich seit 2009. Man sieht, es war ein gewisser Prozess, um hier in der Community anzukommen. Vom reinen Ilias-Nutzer, Kursadministrator, Ilias-Administrator, Unterstützung von Lehrenden hin zur Community, hin zur Mitarbeit in Special Interest Groups. Working Groups. Und jetzt ist es dann dieses Jahr in einer Maintainerschaft gemündet. Genau. So, ich habe, wie gesagt, ein Adapad von Stefan Winneker erstellen lassen, sodass wir nachher ein wenig die Diskussion mit protokollieren können, zumindest bei so in Stichworten. Wir haben zwar die Aufzeichnung, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht zielführender ist, auch das schriftlich vorzuhalten. Dann, ich habe so ein bisschen eingeleitet hier in die Kurzbeschreibung, diese Diskussionsrunde versucht, sich diese Anspruchshaltung zu nähern und gegebenenfalls die Problematik näher zu beleuchten und Auswege zu finden. Bei der Einreichung waren da noch 90 Minuten angesetzt. Wir haben jetzt 60 Minuten. Also werden wir nicht so richtig zu Zielen kommen, sondern uns nur annähern können. In den letzten Monaten, den letzten Jahren, also insbesondere seit ich leider in der SIG geworden bin, nehme ich es verstärkt wahr, dass die ILEAS-Community sehr heterogen ist. Das ist ja klar. Wir haben Entwickler, wir haben Systemadministratoren, wir haben Anwender aus verschiedenen Bereichen, Schulen, Hochschulen, in industriellen Kunden, was auch immer, da sind wir ja breit gefächert und Leute, die an die Community kommen, haben eine gewisse Erwartungshaltung. Ich habe jetzt mal so drei Elemente identifiziert, wo man sagt, oder drei Erwartungshaltungen, die ich öfters mal sehe, aufgeschrieben, auf die Folie genommen und dass das einmal sind, zumindest aus meiner Wahrnehmung, Leute, die ein perfektes Lernmanagement-System erwarten, in der Güte möglicherweise von kommerziellen Produkten, wobei ich nicht immer sagen würde, dass kommerzielle Produkte die höchste Güte haben. Dann haben wir Leute, die sehen sich möglicherweise nur als Kunden eines Service-Providers. Sie vergeben einen Auftrag und erwarten dann irgendwann ein fertiges Feature oder Produkt vorgesetzt zu bekommen. Und dann habe ich in kleineren Teilen Personen erlebt, die sich als Teil eines partiziativen Prozesses erleben, bei dem wir gemeinsam Ziele benennt und darauf hinarbeitet, diese zu verwirklichen. Ich weiß nicht, einige von euch waren gestern im Vortrag von Oliver, wo er zu Produkt- oder zu Projektmanagement sich ausgetauscht hat. Dort war ein wichtiges Standbein, die Working Groups. In den Working Groups fanden sich hauptsächlich Freiwillige zusammen, um gemeinsam an einem definierten Ziel oder zu einem Ziel hinzuarbeiten. Ob es definiert ist, wird wahrscheinlich in den meisten Fällen erst im Laufe des Prozesses so weit gekommen. Da hat sich herauskristallisiert, wo man eigentlich hin möchte. Ilias ist eine diskussionsfreudige Community in manchen Teilen, in manchen Teilen auch wieder nicht. Aber oftmals in diesen Working Groups wird halt so lange diskutiert, bis man zu einem sinnvollen, für die Mehrheit der Teilnehmenden an so einem Working Group sinnvollen Ziel kommt. Man sieht jetzt, okay, wo verorte ich mich an in diesen drei Teilen? Wo möchte ich hin? Teilweise nehme ich es aber auch wahr, dass die Community Anspruchshaltungen kommuniziert. Man müsste mal überdenken, ob das Feature-Wiki das richtige Tool ist, um Projektmanagement zu machen, um Release-Management zu machen. War gestern ein Beispiel im Vortrag. Man müsste mal diese ganzen offenen Bugs in Mantis beheben. Man müsste mal sinnvolle Erweiterungen einpflegen. Ich habe hier mal einen Eintrag im Feature-Wiki geschrieben, aber dann, wie geht es denn da weiter? Man müsste mal ein besseres Setup haben. Man müsste die Schulen mehr hereinnehmen. Man müsste mal Ilias besser in der Politik verankern. Moodle ist zum Beispiel in Baden-Württemberg landesweit an allen Schulen im Einsatz, sofern sie sich nicht aktiv für ein anderes Produkt entscheiden, aber hier scheint die Moodle-Community erfolgreich gewesen zu sein. All diese Man müsste mal Anspruchshaltung und Höhlichkeit. Allerdings habe ich festgestellt, man müsste mal funktioniert halt nicht. Denn eigentlich ist Mann, Frau, Mensch eher ich. Wenn man selbst nichts tut, also zumindest meine Meinung, geht es hier in der Community nicht voran. Denn irgendjemand anders macht es nicht. Und jetzt würde ich dazu gerne mit euch in die Diskussion kommen, ob ihr das auch so wahrnimmt oder ob das nur eine Einzelmeinung von mir ist. Genau, ich rufe Leute auf, wenn ihr das nicht freiwillig macht. Da sage ich jetzt mal was. Wunderbar. André Günther von der Minervis. Ich kann das alles unterschreiben gemacht hat. Ich bin immer jetzt auch schon länger Maintainer bei Big2Button und ich denke auch immer, dass ich der Treiber bin, der dann mal sagt, mach doch mal hier in der Community die gehen. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir sagen, wir können eigentlich mal jede Woche darüber sprechen, wie die eben hier bei uns vorwärts kommen und damit wir eben auch nicht nur sporadisch irgendwelche Informationen hinterlassen. Da haben wir jetzt mal eine Umfrage gestartet, wir planen jetzt auch gewisse Einträge in den Feature Wikis zu machen, aber ich kann die Anspruchshaltung voll unterschreiben, sehe aber selber irgendwie komische organisatorische prozessuelle Schwierigkeiten zu sagen, wie rutschen wir denn jetzt hier eigentlich richtig rein und dann haben wir auch auf der anderen Seite einen Kundenstamm und in die Community einbinden, weil ich kriege mit, dass gewisse Vorstellungen gleich sind wie in der Community, andere sind halt neu und dann frage ich mich, an welcher Stelle mache ich das, wie kann ich die sich und das geht dann für mich mehr oder weniger unter vielleicht erstmal so ein für Okay, Jochen Ja, Jochen Erkens von der FH Aachen Ich wollte zu zwei Punkten sagen, das eine ist, du hattest am Anfang diesen Vergleich drin, kommerzielles Produkt Ilias, ich glaube es gibt Unterschiede, ich weiß nicht, ob die vollständig stimmt, die These, aber ein Punkt ist, ich glaube kommerzielle Produkte können häufig weniger in der Summe, was sie an Funktionen bereitstellen, aber das, was sie können, können sie dann besser und auch sehr gut und haben halt klarere Grenzen, wo sie einfach sagen, das können wir nicht sieht und ich glaube, das ist teilweise ein Punkt, wobei bei Nutzenden der Eindruck entsteht, dass Ilias vielleicht nicht perfekt ist, weil zwar alles irgendwie oder sehr viel an Funktionen zur Verfügung gestellt wird, aber die vielleicht halt noch nicht vollständig sind, weil die Community halt sagt, wir fangen erstmal mit einer Basis an, wir sehen dann noch Entwicklungspotenzial und dann dauert es vielleicht noch zwei, drei Jahre, bis man dann diesen Perfektstatus erreicht hat. Ich will da selbst ehrlich gesagt ja gar keine Wertung für die kommerziellen Produkte damit abgeben, ich würde eher begrüßen zu sagen, okay, ich habe aber eine Basisfunktionalität schon mal und mit der kann ich schon mal anfangen und viele Nutzende macht auch das glücklich und ich bekomme einen sehr großen Blumenstrauß an Möglichkeiten mit Ilias einfach dazu. Den zweiten Punkt, den ich gerne noch erwähnen würde, es gibt auch andere Beispiele zu, man müsste mal, eins ist mir gerade spontan eingefallen bei deinem Eintrag, ich habe irgendwann da gesessen und gedacht, ach, man müsste eigentlich mal Ilias auch mit PHP 7 betreiben können und habe einen vielleicht dreizeiligen Feature-Wiki-Eintrag gemacht, ich glaube, der ist wahrscheinlich in der Historie auch noch nachzulesen, sehr kurz, sehr knapp, sehr schlecht, ja, man müsste mal, haben aber einige dann sehr engagiert aufgenommen und haben das dann vorangetrieben und es in sehr kurzer Zeit dazu gebracht, dass wir heute mit PHP 7 arbeiten können. Also nur als, es gibt auch Gegenbeispiele. Ja, dem würde ich auch gar nicht widersprechen wollen, ich antworte mal da einfach direkt darauf, du hast etwas gestartet und hast Mitstreiter gefunden, die dann an PHP 7 gezogen haben, das heißt, du bist aktiv geworden und hattest dann nicht die Anspruchshaltung, das tut sich jetzt von allein, sondern du hast dann aktiv Mitstreiter gefunden, die dann in einem gemeinsamen Prozess PHP 7 ermöglicht haben und ich meinte jetzt, weil jetzt zu kommerziellem Produkt, da stimme ich dir auch zu, das war eher so eine Abgrenzung zu zwischen Ilias und kommerziellen Produkten, den du ja auch gemacht hast, dass du eben gesagt hast, Ilias bietet viel und bietet manches eben halt nur auf Basisfunktionalität, aber das muss man halt auch erfassen. Es gibt kommerzielle Produkte haben oftmals eine Spezialisierung, während Ilias durch die vielen Menschen, die über die Jahre hinweg daran gearbeitet haben, beziehungsweise Ideen eingebracht haben, natürlich eine breite Masse an Funktionen, die aber nicht in der Tiefe in jedem Bereich völlig bis ins Ende ausgereizt sind. Stefan Winneker. Ja, also vielleicht als erste Reaktion zum ersten. Irgendjemand hat dann an diesem Punkt, ich weiss nicht mal, ob es du warst oder jemand anderes, Jochen, hat aus dem man müsste mal ein ich mache jetzt und sie daran gemacht. Also diesen Punkt muss es halt irgendwo geben. Manchmal kann man das ein bisschen outsourcen, es bedingt aber immer irgendwo eine Gruppe von Leuten oder jemanden, die sich dafür entscheidet, daran zu ziehen, wie wir uns angewöhnt haben zu sagen häufig. Das ist das eine. Und das andere mit diesem Unterschied zwischen der Basisfunktionalität und der weiteren Funktionen, ich würde die Frage in den Raum stellen, inwiefern ist das nicht auch eine Folge der Art, wie wir entwickeln miteinander. Also dass wir es könnte der Eindruck entstehen, also aus diesen Formulierungen, dass wir wie etwas mal auf die Beine gestellt haben, das sind die Grundfunktionalitäten, die sind dann da und wir flanschen Dinge an, also bauen Neues dazu. Und das ist das, was wir auch häufig gemacht haben, wenn man sich den Ilias-Code anschaut, dass wir Neues dazu gebaut haben. Der ursprüngliche Kern, der bleibt aber nicht so. Also man, es kommt PAP7, jetzt kommt dann PAP8, es kommt ein neues Design, das man all paar Jahre ist jetzt übertrieben, aber regelmässig auch einmal in die Hände nehmen muss, damit die Leute das Gefühl haben, das stammen nicht frisch fröhlich aus dem 19. 100. Und die Frage ist, wie können wir diese tief liegenden Umbauten annehmen, die natürlich eine kommerzielle Software häufig über Grund Fees abdeckt. Sie sagen halt einfach, kostet so viel, dafür kriegst du es. Und bei uns ist es häufig so, jawohl, ich investiere ja in meinen eigenen Server und das alles um aufzubauen, oder ich habe das Gefühl, es ist manchmal so, nicht immer. Und dann investiere ich dahin, dass ich meine neuen Features kriege, die ich möchte. Das ist viel anstrengender, es hat aber auch in letzter Zeit gut funktioniert, dank vielen Leuten, die gesagt haben, ich mache das jetzt, dass wir so Umbauten anpacken können, die wir halt nicht in diesem Grundstock von Licensing Fees einfach verstecken oder unterbringen können. Ich setze mal stille als Mittel ein. Yvonne, möchtest du dich melden? Bitte. Versuch's mal. Yvonne Seiler von der Uni Bern. Ich denke auch, es ist wichtig für uns als Community auch zu erkennen, was kann ich beitragen und in welchem Ausmaß und welche Anspruchshaltung habe ich dann an die Arbeit, die ich vielleicht dann damit auslöse. Also wenn jetzt Jochen das Beispiel gebracht hat mit der PHP, dann hast du Jochen sehr wahrscheinlich eben diesen ersten Blitz da reingebracht, der dann irgendwie den Stromschlag ausgelöst hat, der irgendjemand anders angepingt hat und der hat dann das weitergetragen und da kamen mehr Leute dazu und das ist ja das Tolle, dass so was funktioniert und dann gab es eine Gruppe, die hat sich damit auseinandergesetzt und damit kam das Projekt dann zum Laufen und da gab es immer wieder Leute, die dann das weiter mitgetragen hat und sowohl dieser erste Blitz, diese erste Aktion von Jochen jetzt zum Beispiel war ganz relevant, aber sehr wahrscheinlich war auch die Anspruchshaltung von mir relevant, dass du Jochen, ich nehme jetzt einfach dich als Beispiel, es gibt ja noch viele andere, aber dass du auch nicht die Anspruchshaltung hattest, ich gebe jetzt das da rein und das funktioniert jetzt einfach und das wird jetzt umgesetzt, da machen sich jetzt andere dran, sondern man muss ein bisschen erkennen oder für sich vielleicht auch beantworten, die Frage, was kann ich beitragen, wie lange kann ich was beitragen und wie lange kann ich was mittragen, das was ich mittragen will, ich merke es zum Beispiel bei der Page-Editor-Gruppe, die wir ja vor einem Jahr oder auch schon mal früher gestartet haben, aber vor einem Jahr waren wir noch eine viel größere Gruppe, mittlerweile sind einige ausgestiegen, das ist ja alles völlig in Ordnung, das ist doch verständlich, es ist sehr zeitaufwendig auch, da können nicht alle im gleichen Maß mitmachen, aber ich glaube, es ist dann eben auch wichtig zu erkennen, welche Ansprüche kann ich dann noch wie reintragen, je nachdem, was ich halt da mitliefern konnte. Ich glaube, das ist ganz relevant zu erkennen, was kann ich mitbringen in die Community und was kann ich entsprechend dem, was ich da reintrage, auch für einen Anspruch an das Produkt oder das Feature dann haben, dass ich da, dass dann da entwickelt wird oder dass ich mitbearbeite. Danke, Yvonne. Ja, dann würde ich durchaus zustimmen. Man muss sich selber immer im Klaren sein, dass die Arbeit, wenn man eine hohe Anspruchshaltung an Ilias hat, man auch vermutlich selbst auch viel Zeit investieren muss. Das ist zunächst einmal meiner Ansicht nach der Onboarding-Prozess hineinzukommen, überhaupt in die Abläufe, wie funktioniert der Entwicklungsprozess, wie kann ich mich einbringen, wo gibt es Fallstricke und dann auch mit der Erwartungshaltung zu leben, es gibt ein jährliches Release, es gibt Feature-Free's, es gibt Coding Completed, es gibt die Beta-Phase, das zieht sich alles und vor allem große Dinge, wie jetzt der Page Editor, den du als Beispiel gebracht hast, ist eben sehr zeitaufwendig, wenn man den in seiner Gänze, wenn man solche großen Dinge in der Gänze erfassen will. Wir hatten es gestern davon, die Page Layout Revision geht jetzt in in den dritten Teil. Der Page Editor hat einen Teil in Ilias 7 erhalten, es geht weiter in Ilias 8. Solche langen Zyklen muss man realisieren. Wie Stefan schon gesagt hat, bei kommerziellen Produkten hat man vielleicht irgendwann Ankündigungen, was der Hersteller plant, bezahlt seine Lizenzkosten oder Upgrade-Preise und bekommt dann das geliefert, was er hat. Der Vorteil von Ilias ist eben der offene Prozess, der durchaus immer wieder Neulinge hereinbringt, die sich dann beteiligen. Sieht mir an mir selber, dass ich mich langsam in die Community hineingearbeitet habe. Vielleicht muss man sich überlegen, wie man solche Onboarding-Prozesse erleichtern kann. Möglicherweise besser ansprechbar sein für Neulinge, klare Kontaktstellen, also nicht nur Matthias als Geschäftsführer des Vereins oder als Produktmanager, sondern auch andere, die dann ansprechbar sind für Fragen, wie kann ich mich sinnvoll beteiligen, was sind bei eigenen Beiträgen, die man einbringen kann. Gestern hatten wir auch schon die Frage, Frage, ist der Schuhfix denn öffentlich? Laut solche Dinge scheinen nicht ganz so öffentlich bekannt zu sein und hier muss man vielleicht noch Verbesserungen machen. Mir ist aber auch nicht klar, wo man das dokumentieren muss. Ja, viele Prozesse von Ilias sind über verschiedene Punkte verteilt, das ist aber halt auch einfach wie das Projekt gewachsen ist. Es gibt keinen Beauftragten für Onboarding, Es gibt auch keine Personen, die eine klare Dokumentationsstruktur herbeiführen und dann auch entsprechend Zeit dafür haben. Aber Fabian meldet sich, Fabian Gruse. Ja, ich wollte dazu nur sagen, dass ja eben das Problem auch ist, dass das Onboarding, also selbst wenn wir da jetzt jemanden hätten, der sagt, ich möchte hier in bestimmten Bereichen Leute irgendwie anleiten oder da so ein bisschen als Coach, als Community Coach zur Seite stehen, da kommen ja nun auch wieder Leute aus den verschiedensten Bereichen, die du ja am Anfang auch schon ansatzweise mal skizziert hast, sprich, auch das wäre eigentlich von einer Person gar nichts zu leisten, weil der oder diejenige dann vielleicht zwar sich auskennen mit, ich sage jetzt mal Ilias Entscheidung noch ein bisschen fix, wie man da so durchkommt oder sowas, aber vielleicht ist das Problem in dem Moment ein ganz anderes und der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin müsste dann auch vielleicht ganz andere Kompetenzen haben. In dem Moment, wo man dann aber wieder es aufteilt, wird es wieder viele Informationen, die Informationen müssen irgendwo platziert werden und müssen dann auch gefunden werden, denn auf der anderen Seite, ich habe es auch gestern schon mal gesagt, die Hauptarbeit, diese Dokumentationen und diese vielleicht auch Führung von oder wie so ein Weg, den man da irgendwie nimmt, wenn man jetzt auf die Ilias.de landet, womit ich mich ja schon viel beschäftigt habe. Das ist halt nicht einfach, denn wir können die Komplexität auch da nicht auf null runterbrechen. Das geht halt nicht. Wir können zwar sagen, okay, wir machen eine schöne Landingpage, so ist Ilias für verschiedene Nutzergruppen nutzbar oder so, genauso kann man auch sagen, so ist die Community, aber dann geht es eben los. Gestern auch bei Oliver ganz schön skizziert mit den SIGs und mit den regionalen Gruppen und eben mit dem Jundfix und diese und jenes und da jetzt zu sagen, okay, ich picke nur eins raus, ist auch nicht unbedingt zielführend. Also ich glaube, dass das einfach was ist, was wir im Hinterkopf haben müssen. Auf jeden Fall kann man noch Sachen verbessern, aber wir müssen auch mal dran denken, es ist halt auch ein komplexes Verfahren, das dahinter steht und wir können es nicht auf null runterbrechen. Ich glaube, das ist so meine Sicht darauf jedenfalls. Vielleicht haben da Stefan oder Jochen einen anderen Punkt noch. Stefan, gerne. Ich bin völlig mit dir einverstanden, Fabian. Das ist, es ist ein komplexer. Ich auch. Das ist eine komplexe Frage. Und ich glaube, es gibt aber verschiedene Momente, die wir ein bisschen auseinander dröseln können sozusagen. Also wir haben jetzt schon angesprochen, die ganze Dokumentationsfrage und die Ablagefrage, also die Komplexität des Themas, sind, dass man einsteigen muss und dass wir eine Möglichkeit schaffen, da versuchsweise einzusteigen, aber immer mit dem im Hinterkopf, dass es halt komplex ist, also dass die Ablage komplex ist, auch weil sie an Prozessen hängt und nicht einfach von der Sache her kommt und auch weil es Zeit braucht. Das ist so ein bisschen eine Katze, die sich in den Schwanz braucht. Es muss sich jemand darum kümmern und das ist ja auch ein Moving Target und da haben wir ein Problem. Also das ist diese ganze Dokumentationsfrage. Dann glaube ich, gibt es die Möglichkeit, den Mitarbeit, Mitarbeitsgefässe zu schaffen. Je mehr Gefäß wir haben, wieder, desto komplizierter wird es, desto komplexer wird es, desto weniger wir haben, desto eher verpassen wir Leute, die mitarbeiten möchten. Also eine dieser Anpassungen wären jetzt zum Beispiel die Expert Groups an den Technical Board, die wir vorgestellt haben, dass wir da versuchen, Gefäße zu schaffen, um möglichst unterschiedliche Leute in die Community einbinden zu können und ihre Expertise mitzubringen und auch sichtbar zu machen. Also damit es auch persönlich befriedigend wird, dass wenn man das macht, dass man gesehen wird und dass man sieht, dass der Biermann da etwas beiträgt. Das ist so die zweite Schiene und die dritte Schiene, von der wir aber noch gar nicht gesprochen haben und die vielleicht für uns auch die schwierigste ist, die wenigsten von uns machen das komplett in ihrer Freizeit oder die wenigsten machen das in ihrer Freizeit. Also das heisst auch, wir müssen auch auf irgendeine Art und ich glaube, da bleibt es auch wieder an der Einzelnen hängen am Schluss, dass die Bedeutung dieser Mitarbeit zu unseren Arbeitsplätzen Geberinnen tragen, damit wir da auch die Ressourcen dafür kriegen. Wenn man merkt oder wenn ich merke, dass Ilias zweite oder dritte Wahl ist sozusagen bei meiner Arbeitgeberin, dann versuche ich da zu argumentieren, zu kommunizieren, warum das wichtig ist, was das liefert und so weiter. Und diese Kommunikation ist wichtig, die ist manchmal ganz sicher aus institutionellen Gründen zum Scheitern verurteilt, aber wir können das unserer Mitarbeit nicht aus unserer Freizeit machen. Das reicht einfach nicht für das System, den Anspruch, den wir, also für den Anspruch, den wenigstens ich und ich glaube, die Community als ganzes Anilas hat, zu verwirklichen. Dem würde ich voll zustimmen. Es muss dem Arbeitgeber klar vermittelt werden, dass Community Arbeit Ressourcen benötigt und dass das nicht nur ein On Top zu den sonstigen Aufgaben in der Arbeitsstelle ist. Der nächste wäre Jochen. Der Stefan hat mir den Punkt eigentlich genau weggenommen. Genau darauf wollte ich hinaus. Also ich mache das in meiner Freizeit und muss sehen, also ich bin irgendwie sehr lange mit, also mit den Prozessen, die Ilias so aufgebaut hat, gewachsen. Also ich habe die kennengelernt und kann relativ schnell an Punkten wieder einsteigen, wenn ich jetzt irgendwie sehe, oh, da ist ein Punkt, der ist für uns total wichtig und ich bekomme auch meinen Arbeitgeber davon überzeugt, dass wir den Punkt vorantreiben müssen, dann bin ich in diesen Prozessen sehr schnell drin. Ich habe da auch noch keine gute Idee, aber ich glaube, das ist ein Punkt, der für Neuere schwieriger ist, zu sagen, ich muss das, also ich muss mich erstmal in die Community reinarbeiten, so wie du das auch irgendwie über Jahre gemacht hast und die ganzen Prozesse verstehen und da Menschen überzeugen, das zu tun, was ich will und gleichzeitig muss ich ja erstmal noch meinen Arbeitgeber davon überzeugen, wie viel Zeit ich da jetzt rein investiere, ohne dass am Ende klar ist, bekomme ich denn das, was ich oder ich aus Sicht des Arbeitgebers auch am Ende haben möchte und dass da vielleicht was ganz anderes rauskommt, als ich am Anfang als Idee reingegeben habe. Ja, da würde ich dir auch voll zustimmen. Es ist am Anfang nicht klar, ob das Ergebnis so ist, wie man sich das wünscht. Man kann nur in diese Richtung möglicherweise arbeiten, aber möglicherweise wird man durch andere Anmerkungen, Mitarbeit, durch andere Personen auch entsprechend darauf hingewiesen, dass vielleicht eine Abänderung der ursprünglichen Idee noch zielführender sein kann. Ich nehme das immer wieder als Qualität wahr, mit verschiedenen Personen aus verschiedensten Institutionen zu diskutieren, weil man möglicherweise seinen eigenen Selling Point zwar hatte beim Arbeitgeber für ein neues Feature, aber dann andere Blickwinkel darauf gefehlt haben. Das ist durchaus klar. Man muss aber auch sagen, viele, die in den Working Groups oder so mitarbeiten, sind natürlich auch Angestellte von Angestellten innen. Richard, wie würdest du das sagen? Da gibt es keine Gender-Form, oder? Genau, das ist ja ein Verb eigentlich, ein Adjektiv. Also das sind halt Angestellte, Männer und Frauen. sind natürlich bei öffentlichen Arbeitgebern beschäftigt und hier muss vielleicht auch bei diesen Arbeitgebern auch nochmal verdeutlicht werden, warum es sinnvoll ist, Energie in Open Source Software zu stecken und auch die Beteiligung und die offenen Prozesse. Weil hier habe ich zumindest die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ob das wirklich dann im Endeffekt so kommt, wie ich das wünsche, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest die Einflussmöglichkeit bei einem kommerziellen Produkt, zumindest bei großen kommerziellen Produkten, habe ich wenig Einflussmöglichkeit. Ich kann Microsoft vielleicht eine E-Mail schicken, ich möchte gerne in Teams diese und jene Erweiterung, aber ich glaube, solche Mails werden dort in Ablage P verschoben. Im Normalfall. Ja, Darf ich noch mal reinquatschen? Na klar. Finde ich einen total interessanten Punkt, was aber glaube ich die Sicht von so Nutzenden bei uns in der Hochschule auch total ausmacht. Die sagen halt, ah ja, wenn ich das Produkt kaufe, dann hat das die Funktion, die es hat und wenn das mir die Funktion, die ich zusätzlich haben will, nicht liefern kann, dann nehme ich halt ein anderes Produkt. Und dieser Mechanismus greift halt bei einer Open Source Software an sich nicht, weil wir als Ideas ja gar nicht die Chance haben, so zu reagieren und zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Und das ist aber halt häufig eine Wahrnehmung, der wir ja entgegentreten müssen, auch irgendwie innerhalb der Hochschule. Bei uns ist ganz ehrlich, ja, schreibt denen das doch mal, die sollen das machen, wir zahlen doch den Vereinsbeitrag. Also dieses wir und die, das ist ganz, ganz viel Kommunikationsaufwand, den man halt auch in der Hochschule immer wieder hat. Ja, der Kommunikationsaufwand ist immer hoch, das stimmt natürlich. Wir versuchen immer an meiner Hochschule Ideen aufzugreifen von den Lehrenden schon frühzeitig, um die einzubringen oder auch aber immer zu schauen, okay, ihr habt jetzt eine Idee, ihr habt möglicherweise ein kommerzielles Produkt im Auge, ihr könnt eure Idee aber genauso gut mit Ilias umsetzen, das könnt ihr so und so und so machen, unterstützen dabei. Das mildert etwas ab. Natürlich ist es schon auch so, dass wenn man Projekte beantragt und dort dann ganz spezielle Funktionen haben möchte, dass die nicht da sind. Aber es ist immer einfach ist es nie. Da stimme ich dir zu, Richard, aber bitte. Ich habe einfach eine Frage an den Jochen oder auch gerne an alle anderen, die hier sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass die Mitgliedschaft im Verein im Grunde falsch gebrandet ist und meine Frage ist, seht ihr, dass man da an so einer Schraube drehen kann? Also ich habe was du beschrieben hast, Jochen, von wegen, ich bin ja im Verein, ich zahle ja Mitgliedsbeiträge, deswegen habe ich einen Anspruch an die Software. Das begegnet ja nicht nur dir in der Uni, das begegnet mir auch regelmäßig und ich frage mich schon seit längerem, ob man vielleicht einfach auch die Mitgliedschaft im Verein oder auch das, was der Verein quasi behauptet darüber, was eine Mitgliedschaft bringt und so weiter vielleicht ändern könnte. Zum Beispiel habe ich überlegt, könnte es Sinn machen zu sagen, es geht in dem Verein gar nicht darum, dass ich die Software kriege, sondern zum Beispiel ist der Verein der Träger für diese Art von Konferenzen. Seht ihr, dass das da vielleicht zu einer geänderten oder zu einer Verbesserung auch in dieser Art von Anspruchshaltung führen könnte? Ich ehrlich gesagt nicht, weil das ein, ja, einfach ein Betrag ist, der geht irgendwo hin, sondern das hat den gleichen Namen, das heißt beides Ilias, also ist das dafür. Wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, verstehen die das meistens relativ schnell. Also ich habe auch schon Profs aus der Informatik gesagt, gehabt, die halt gesagt haben, dann zu ihren Kollegen, ja hört mal, das ist lachhaft, den Preis, den wir da bezahlen, als, davon machst du keine Softwareentwicklung, also davon kannst du irgendwie einen Server für ein Jahr bezahlen, aber sonst machst du da nichts mit, dass wir dafür zusätzliche Features mehr Geld aufwenden müssen, das ist völlig klar und das ist auch richtig und das sollten wir machen. Aber diejenigen, die da einfach die Ahnung nicht von haben, denen muss man das erklären, egal wie man das brandet, glaube ich zumindest. Stefan. Ja, ich glaube, ich glaube, wir können einen Beitrag leisten damit, dass wir das stärker gewichten. Also es ist sicher nicht falsch, dies zu tun. Ich glaube nicht, dass es unser Problem lösen wird und ich bin da vielleicht noch eine zusätzliche Ebene hinein, ich glaube eben, dass es am Schluss sozusagen ein Layer darüber liegt. also es ist eigentlich ein politisches Problem. Es ist ein gesellschaftliches Problem, nicht die, es befähigt sich eben nicht so sehr auf der Ebene der Einzelnen, sondern dieser gesellschaftlichen Kommunikation. Da gibt es ja auch viele Vereine, die sich da engagieren und es ist, im Moment bin ich gerade wieder einmal ein bisschen positiver, was das anbelangt. Public Money, was Public Money, Public Code betrifft und die Zusammenarbeit und was das halt auch bedeutet für Abhängigkeiten und Monopolstellungen. Also da hat sich Microsoft mit seinen Neuverhandlungen in letzter Zeit natürlich einen Bärendienst geleistet, vielleicht, wenn wir Glück haben, aber es ist halt einfach auch eine gesellschaftliche Frage und die lösen wir sehr wahrscheinlich nicht in Ilias. Also dafür sind wir zu klein. Ich finde das super, wenn wir daran teilnehmen an diesen Diskussionen, aber das ist ein langweiliger Prozess. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, das Branding und die Kommunikation so gut wie möglich zu verbessern, dass das klar ist, aber ich glaube nicht, dass es das Problem lösen wird. Fabian, möchtest du dich noch melden? Dann nehme ich nur noch bloß eins, okay. Nico wirft im Chat ein, das ist doch freie Software, wieso sollen wir dafür etwas zahlen? Ja, das ist freie Software, die kann man sich frei herunterladen und dann bekommt man sie zu diesem Zustand, wie sie ist. Das heißt aber nicht, dass man, weil es freie Software ist, daraus eine Anspruchshaltung ableiten kann und das muss man natürlich dann den Leuten, die sowas äußern, vermitteln. Freie Software kostet trotzdem Geld, man muss trotzdem, ja, lizenzkostenfreie Software ist eine bessere Formulierung, das stimmt natürlich. Entwicklerkosten trotzdem Geld, aber Richard, vielleicht hast du eine pointierte Meinung. Ja, das mit der lizenzkostenfreie Software ist sicherlich auch schön, aber das, der, also der eigentliche USP von freier Software ist ja, dass ich, dass die Software an sich frei ist, dass die niemanden, dass die niemanden gehört, so, sondern, dass ich quasi sozusagen, das ist ja auch was, das ist auch glaube ich was, was bei Elias absolut unterschätzt wird, wie zentral das eigentlich auch sein kann. Ich binde mich halt, indem ich die nehme, nicht an Microsoft, sondern, wenn ich die nehme, dann habe ich prinzipiell gesehen zumindestens die Möglichkeit zu sagen, okay, geht weg Community, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich mache das jetzt alles alleine und du kannst das alleine machen, du bist an niemanden gebunden und das ist ja quasi dieser Freiheitsaspekt und der führt aber natürlich auf dem, umgedreht dann genau zu der Verantwortung, die ich dann auch habe, die Dennis ja hier so ein bisschen thematisiert hat, denke ich. Ja, genau. Ich kann machen, was ich will, aber dann muss ich halt auch machen, was ich will. Man kann, man kann, man kann, ich nehme dich gleich dran, André, man kann halt nicht freie Software haben und dann trotzdem eine Anspruchshaltung ableiten. Genau. André, bitte. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was da gerade gesagt worden ist und das ist natürlich ein weit. wir haben die Situation selber gehabt bei BigBlueButton und dann ging es darum, dass eine Firma Einstellungsgespräche mit chinesischen Studenten führen wollte und dann hat er natürlich Skype vorgeschlagen. hat der chinesische Student ihn natürlich ausgelacht. Daraufhin hat er mich gefragt, ob er den BigBlueButton verwenden kann und dann sage ich ja, der geht raus. Hat er nämlich die Einstellungsgespräche mit BigBlueButton weil das eben Open-Source-Software ist. Microsoft läuft entschieden. Daher sehe ich diesen Open-Source-Gedanken für uns auch als sehr, sehr wichtigen Bestandteil zu sagen, dass wir hier mit dieser Software auch für einen freien Bildungsstand kämpfen. Wir haben dadurch halt die Möglichkeit einem Silo zu entkommen. Sozusagen. Also Silo im Sinne von ich versenke darin meine Daten oder mein Wissen, meine Lernenden und komme dann nie wieder raus. Stefan, ah nee, Jochen. Ja, ich hätte noch einen Punkt, wo mich eure Meinung ein bisschen interessieren würde. Ich habe den Eindruck, dass so ein bisschen ein Umdenken allgemein, was die Kosten von Software angeht, eingesetzt hat. Ich hatte ganz lange den Eindruck, was viele immer so gesagt haben, ich habe eine Software, die kaufe ich oder die lade ich mir frei runter, dann installiere ich die und dann funktioniert die zehn Jahre lang. Und wenn ich dann eine andere Software haben will, dann kaufe ich mir eine neue. Durch diese ganzen Änderungen, ja vor allem natürlich, was so die Apps angeht, dass ich viel stärker auf so Abo-Modelle setze und das halt klar ist, ich kann nicht mit Software stehen bleiben, sondern ich muss ein Programm allein aus Sicherheitsgründen ständig immer wieder weiterentwickeln und immer wieder daran arbeiten, setzt, glaube ich, bei vielen Leuten inzwischen ein Verständnis dafür ein, dass halt ständig Geld in Software reinfließen muss und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob das messbar ist, dass es damit auch einfacher wird, ja, Stellen zu überzeugen, dass wir dauerhaft, dass dauerhaft Geld in Ilias reinfließen muss aus den verschiedenen Institutionen. Würde ich dir erst einmal zustimmen von der Wahrnehmung her, von meiner Wort, aber dann jetzt Stefan. Würde ich auch machen, zustimmen, ich glaube, es hat aber ein kleines Folgeproblem, wenigstens in meiner Wahrnehmung, jetzt kommen wir ein bisschen ab, vielleicht vom grossen Thema, vom Titel, aber das Folgeproblem ist, dass wir die Folgen davon noch nicht wirklich, dass noch kein Verständnis für die Folgen davon herrscht. Also das heisst, dass das Software über die Jahre, wenn man sich ständig weiterentwickelt, wie das mit Ilias geschehen ist und mit anderer Software, Microsoft ist dafür ja auch ein Beispiel, dass sich da Sedimentschichten bilden von Software und dass der letzte, heisseste, Entschuldigung, Scheiss, halt meistens keine Sedimentschichten hat, die aber über Zeit anhäufen wird. Das heisst, dass wir dann, dass wir, dass wir, durch das, dass wir immer den neuesten nachrennen, eben eigentlich unserem eigenen Interesse auch wieder zuwiderlaufen, weil wir die Software sozusagen immer wieder wegwerfen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, aber es ist gerade ein bisschen kompliziert für mich zu fassen. Klaus. Ja, danke. Hallo zusammen. Ich möchte das an einer Stelle nochmal unterstreichen. Ich glaube, dieser Switch hin, dass Verantwortliche in Politik mehr und mehr erkennen, wie bedeutsam das ist, den können wir aktuell beobachten. wenn auch nur langsam, aber man kann das auf der Bundesebene zwischen den Zeilen lesen oder auch sehr direkt und ich habe das jetzt in der Vergangenheit auch in Gesprächen erlebt, wo es dann auf einmal plötzlich dazu kommt, man geht mit einer Erwartung in eine Verhandlung und die Erwartung wird letztendlich sogar übertroffen und da rede ich jetzt von monetären Aspekten, sodass man da schon sehen kann, das ist in der Politik angekommen und dieses Gesamtthema Digitalisierung, was jetzt im vergangenen Jahr einfach nochmal brutalst in den Mittelpunkt gerückt ist, macht das natürlich jetzt auch möglich. Also dadurch werden wir ein bisschen gepusht und dadurch kann Mann, Frau, Mensch, nämlich wir letztlich jetzt auch Dinge vielleicht wieder eher tun, auch wenn wir gerade in diesem Moment alle gefühlt ersticken. Das ist auch so eine Besonderheit, das ist insofern so ein Hände-Ei-Problem. Wir müssten eigentlich jetzt alle viel stärker uns engagiert um Ilias kümmern und uns einbringen und ich habe das gemerkt beim Testing beispielsweise, dass ich schlichtweg einfach die zeitliche Ressource, die fehlte mir komplett. Ich hätte zwar jetzt an einigen Stellen vielleicht mit Geld um mich werfen können, das hätte einen aber nicht wirklich weiter nach vorne gebracht, weil es dann nicht wirklich zielgerichtet gewesen wäre und ich glaube, das ist eine Besonderheit, wo wir gucken müssen, dass wir dieses Ziel irgendwo auch weiter im Auge haben müssen. und fokussiert darauf zulaufen müssen, auf dieses Ziel. Und das müssen Mann, Frau, Mensch, wir alle, die Community gemeinsam machen. Und dazu bedarf es der Abstimmung und gemeinsamer Aktivitäten, ob es jetzt eine solche Veranstaltung wie hier gestern und heute ist oder auch die Mitgliederversammlung. Aber das merke ich, dass das halt ein wenig fehlt. Das ist auch so ein Punkt durch die Pandemie. Diese Gespräche, die wir jetzt hier führen, die kriegen wir nicht eins zu eins hin, wie wir sie sonst führen würden in Präsenz. Und ich glaube, da müssen wir gucken, da habe ich keine Lösung, das werden wir nicht aufbrechen können. Aber dieses gemeinsame Ziel nicht aus dem Auge verlieren, das ist ganz, ganz wichtig. Für Mann, Frau, Mensch. Richard. Ich wollte was zu deinem Thema mit der Pandemie sagen, Klaus. Ich hoffe, ich trete dir ja nicht zu nah. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Altersproblem tatsächlich. Also ich glaube, also ich sehe das auf der einen Seite, was du sagst, so diese sozusagen persönlichen Gespräche auf solchen Konferenzen, die fehlen mir auch total irgendwie. Also das kann natürlich nicht sein, dass man sich, oder das heißt, es kann nicht sein, dass es nicht gut, wenn man sich nur virtuell sieht, da gehen einfach auch Layer in Kommunikation verloren und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel noch nie so intensiv mit, weiß ich auch nicht, Leuten aus der Schweiz zusammengearbeitet wie in den letzten anderthalb Jahren. Und also wir kriegen dadurch irgendwie sozusagen auch eine breitere Beteiligung hin, weil der, weil sozusagen dieser Ort quasi plötzlich überall ist, an dem man sich beteiligen kann. Und ich sage, das mit dem Alter am Anfang gesagt, weil ich schon das Gefühl habe, dass das wirklich was mit dem Alter zu tun hat. Ich bin jemand, ich bin quasi gerade jung genug, um sozusagen noch eine Zeit erlebt zu haben, wo es das Internet quasi gar nicht gab oder da auch noch aktive Erinnerungen dran zu haben, aber ich bin gleichzeitig auch jung genug, um schon auch große Teile von meiner Jugend und so weiter in so einer Form mit anderen Leuten verbracht zu haben. Also ich hatte mit 14 Leute bei mir zu Hause, die mich besuchen gekommen sind, weil ich die in ICQ kennengelernt habe. Und für mich existiert sozusagen dieses Problem gar nicht so, dass ich diesen virtuellen Raum als irgendwie so viel unpersönlich oder so wahrnehme, sondern ich bilde mir ein, auch auf solchen Veranstaltungen eigentlich genau die gleichen Gespräche führen zu können, wenn man das richtig organisiert. Und ich habe aber auch jetzt gleichzeitig in der Pandemie zum Beispiel bei uns in der Company halt gesehen, dass es tatsächlich da Leute gibt, also weiß ich auch nicht, meinen Chef, den Gerald, hast du ja wahrscheinlich mal kennengelernt, der halt einfach überhaupt gar kein Repertoire dafür hat, um in sich in so einer virtuellen Welt dann auch tatsächlich angenommen und bewegen zu können, der da deswegen einfach awkward ist und der das jetzt auch regelmäßig halt gespiegelt kriegt, glaube ich, der ist jetzt auch ein bisschen besser geworden über die Zeit, aber man merkt halt, dass der halt eben kein Digital Native ist und dass dem das schwerfällt. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass das schon so ein bisschen ein Generationending ist, wie man sozialisiert wurde, um damit umzugehen, dass vieles einfach digital läuft. Ich würde Glaus zustimmen, dass wir halt jetzt durch die Pandemie ein Brennglas auf die Digitalisierung gerichtet bekommen haben und die Politik mal vorgeführt bekommen hat, wie viele Jahrzehnte sie geschlafen hat, wie viele Jahre sie an den Bedarfen vorbei agiert hat oder gar überhaupt nicht agiert hat und jetzt fällt das stark auf und jetzt kann man natürlich nicht innerhalb kürzester Zeit das nachholen. Ja klar, jetzt machen sie die Geldbeutel auf. Geld ist jetzt teilweise massig da, wobei ich jetzt sagen würde, ja, schauen wir mal an, die Mittel, die in die Rettung der Wirtschaft allgemein gegangen sind. Nicht, dass ich das den Leuten missgönne, aber und dann schauen wir mal an, wie viel dann irgendwie in irgendwelche Digitalisierung gemacht wird und dann bin ich mir auch nicht sicher. Also, ja und es klar ist, es gibt ein Zeitlimit. Wir haben jetzt alle noch mit den, immer noch mit den Pandemie Auswirkungen zu leben, vor allem jetzt im Hochschulkontext müssen wir irgendwie Lehre immer noch digital machen, müssen Prüfungen digital abhalten, obwohl die Strukturen das nie vorgesehen haben und da fehlt natürlich Zeit für die Communityarbeit. Umso wichtiger ist es natürlich dann schon von vornherein Arbeitszeit für die Community fest reserviert zu bekommen vom Arbeitgeber, vielleicht nicht alleine, aber halt mit den Kollegen und so weiter. Dann ist es auch einfacher zu sagen, okay, die Zeit muss ich einfach dafür aufwenden. So. Wir haben noch neun Minuten. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja. Stefan. Vielleicht einfach so kurz als Anschluss, weil mir das ständig auffällt bei dieser Kommunikation rund um die Pandemie und ich glaube, das gilt auch für die Kommunikation im Verein im Allgemeinen. Etwas, das häufig und konsequent gemacht wurde, ist das Negative hervorzustellen von der Situation. Das heisst, meiner Meinung nach, wenn ich in eine Veranstaltung reingehe und diese beginnen mit leider müssen wir oder es ist schade, dann habe ich eigentlich kommuniziert, was ich hier mache. Entschuldigung, scheisse. Das war meine allererste Botschaft in meiner Session und das ist zum Scheitern verurteilt, weil das geht unter. Das ist einfach die falsche Botschaft und ich glaube, also wenn man sieht, ist sicher vieles schiefgeraufen, aber was der Chaos Computer Club gemacht hat mit seiner Chaos Experience, war keine Kritik an niemanden und einfach mal versuchen, etwas zu tun, allen Widerständen zum Trotz sagen, wir machen das, was wir können und wir haben etwas Neues gemacht für euch. Das ist produktiv und ich glaube, diese Kommunikation ist eben auch etwas, womit wir die Menschen motivieren können für die Mitarbeit im Verein. Das geht mir auch so. Das heisst, ich kommuniziere manchmal auch so, also im Sinne von die Prozesse bei uns sind langsamer, zum Beispiel, statt zu sagen, wir brauchen Zeit, um die richtige Lösung zu finden. Also jetzt einfach, das ist jetzt halt im Stehgreif gedacht. Ich glaube, wir können uns alle, da nehme ich mich dazu, ein bisschen bei Marketing orientieren und versuchen, die Botschaften positiv zu drehen, weil das halt einfach, das ist gut für die Motivation und wenn man die Menschen da gut kennt, dann tut das auch manchmal gut zu sagen, das ist aber ein Kack. Aber für Neue ist das einfach nicht ganz einfach, habe ich das Gefühl. So, das war jetzt so ein Plädoyer. Jochen? Dann werde ich auch noch was Positives los. Das Man müsste mal geht auch noch in eine andere Richtung. Ich habe ganz, ganz viele Jahre immer wieder auch mit Professoren, mit denen ich mich persönlich irgendwie gut verstehe, gesprochen und denen immer wieder gesagt, ja, man müsste mal deine Lehre ein bisschen digitalisieren und die haben immer gesagt, nein, ein richtiges Medium ist die Tafel und sonst gar nichts und die haben mir jetzt irgendwann im Laufe der Pandemie dann zurückgemeldet und gesagt, ich mache das jetzt alles mit Ilias, das ist total super, ich habe da ein Forum eingerichtet, da muss ich ja eine Frage nur einmal und nicht zehnmal beantworten in der Sprechstunde und da will ich jetzt auf jeden Fall noch mehr von machen. Sehr gut. Das sind doch die Erfolgserlebnisse, die man sich gewünscht hat. für die Digitalisierung war Corona, also der Zwang, doch aktiv zu werden, positiv. In allen Problemen, die es dadurch gab, dadurch hieß es nicht, man müsste mal, sondern das sind wirklich Leute selbst aktiv geworden. So, fünf Minuten noch und zeige ich euch mal jetzt meine letzte Folie. Da Max ja leider diesmal keinen Slot einzeln hält mit Vortragsfolie habe ich euch noch ein Little Pony Bild zum persönlichen Abschluss Eingebot. mit Vortragsfolie und mit Vortragsfolie und mit Vortragsfolie